Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Wenn wir die Temperatur haben, dann geht es hoch, 20 Kilometer, ziemlich steil und wir lassen immer für euch das Filmchen ein bisschen schnell laufen. Bis gleich oben am Gipfel. Viel Spaß beim Mitfahren. Ciao. Musik 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 So, hallo liebe Freunde von Stuggi TV. Ich habe den Gipfel von Montmontour erreicht. Ja, ich wusste, dass es wehtut. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier. Aber wie sehr es wehtut, da habe ich mich jetzt erst heute wieder daran erinnert. Es ist vielleicht so ein bisschen wie Kinderkriegen. Man vergisst schnell wieder und wenn es dann da ist, dann merkt man es. Ja. So, ich fahre jetzt auf der anderen Seite von dem Berg hinunter und ihr könnt ja vielleicht noch ein Stückchen mitkommen. Da müssen wir auch den Film nicht schneller laufen lassen. Au revoir. Ciao. Musik 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 Musik